hallo leute willkommen zu einem neuen video ja ich sag jetzt mal zu jedem video neu und nicht nur weiteren ja gut ähm ja wir müssen ein bisschen warten denn ja gut ich weiß es auch nicht aber in der ersten minute passiert nichts ein dramatik und auch wenn man jetzt gerade den chip ganasi racing mit super sport sieht den habe ich nicht aber es dauert auch entsprechend ich will euch mal heute ein auto zeigen was ich eigentlich ganz gut finde ja und das ist der lamborghini urus ja gott sei dank ist er in keine karpik war dann scheiße ja die ist eigentlich ganz schön cool wenn man sich denkt ich zeig natürlich auch noch die weiteren autos von turn 10 select karpik aber zwischendurch mal den weil ich den finde ich eigentlich richtig nah ist mein look nee nein nein nicht zurück ich brauch den look da war gerade eine nachricht kann man das glauben eine nachricht ich also ich finde den sehr schön das ist ein eleganter sport zwar ja kaufen ja ja kaufen kaufen alles mit meinen zwei millionen da habt ihr mal das video von äh habt ihr mal lp äh lpn gesehen alter der hat 40 millionen respekt lpn falls ihr dieses video siehst also 40 millionen keine ahnung wie das gemacht hast oder ob du dir das gekostet oder ob du einfach kaum was ausgegeben hast aber 40 millionen ist hammer geil so gehen wir auf die teststrecke testen dieses kleine gefärbt mal aus oder fahren wir die teststrecke und schlecht offenes feld teststrecke was ich nicht verstehe wieso kann man die eigentlich im normalen modus nicht verwenden also im freies spielmodus hier ja ja als spiel lust so sieht aus der damm ging jesus ist ja eigentlich gar nicht mal so übel wie er aussieht aber elegant elegant super sport gut ich finde ihn sehr schön und ja das mal was er auf dem test hat äh ich finde ich gar nicht fette dritter was dritter was so sieht ja von innen aus ist das ein Spiegel oder war da mal ein Spiegel da links seht ihr es geil ich glaube der hat eine Rückfahrkamera ich glaube der hat eine Rückfahrkamera der sieht schon richtig hammer aus das muss ich schon zugeben ja es ist ein sehr kurzes Video sehr kurz aber trotz allem es ist ein sehr schöner Wagen sehr schöner Wagen und zum nächsten Video nächstes Video zeige ich noch ein Auto aus dem Tomtenpaket sondern ja keine Ahnung was das nochmal hieß zeige ich das nächste Mal ja dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und ja ciao ja ja ciao